Nailcoat ist der Topseller im Bereich Hightech-Produkte für den handkosmetischen Markt. Die Farbvielfalt von Nailcoat ist nahezu einzigartig. Kaum ein Hersteller bietet der Nageldesignerin ein derartiges Farbspektrum mit einer Auswahl von über 400 Nuancen. Auf der Beautyforum München stellt das Unternehmen seine neuesten Innovationen vor. Wir haben sehr viele Neuigkeiten dieses Jahr auf der Beautyforum München. Eine sehr erfolgreiche Messe im Übrigen. Wir haben in Nailcoat Gelax System nochmal die Produktpalette erweitert. Wir haben fünf neue Farbnuancen gebracht, sehr schöne Farbnuancen. Wir haben Neuigkeiten im Bereich Marmorierfarben, also auf schwarzer Hintergrund Farben ineinander laufen zu lassen. Ist sehr schwierig hinzubekommen. Auf weißer Hintergrund haben wir sie schon im Sortiment. Wir haben uns jetzt aber auch der Herausforderung gestellt, mal einen schwarzen Hintergrund mit einem schönen rosa Effekt, einem violett Effekt hinzubekommen. Haben wir auch sehr gut hinbekommen. Ist auch sehr gut angenommen worden von den Kunden, von den Besuchern in München. Und wir haben auch in Color Gel Palette nochmal eine Erweiterung dazu gebracht. Wir haben die Skyline-Kollektion, die wir vor zwei Wochen in Dubai primiert haben. Da haben wir unseren Vertrieb weiterentwickelt. Und ich denke mal, dass die Kunden hier auch sehr zufrieden waren mit der ganzen Innovationen, die ganzen Neuigkeiten, die wir in München präsentiert haben. Neu-Code bietet auf den Fachmessen traditionell die Farben der Saison in einer Setbox als Sonderedition an. Oftmals sind die Setboxen rasch vergriffen. In München war es die Skyline Limited Edition. Wir haben nochmal leider nicht mehr alle Farben da. Wir haben die Möglichkeit aber den Kunden gegeben, diese online nochmal zu ordern. Wir haben sie nicht nur für die Beautyforum München, wir haben sie aber in Limited Edition auf dem Markt. Das ist eine sehr wunderbare Kollektion, eine sehr schöne Kollektion, sehr schöne Farben. Glitzernd wie die Skyline in Dubai. Neu-Code arbeitet stets an neuen Gel-Farbkompositionen und noch einfacher im Handling der Produkte. Wir möchten uns in Zukunft auch im Gel-Lach-System weiterentwickeln. Wir merken gerade, dass Ausland die Gel-Lach-Systeme sehr viel verlangen. Wir haben ja ein sehr neues, also nicht mehr das neueste Produkt auf dem Markt. Wir haben sehr hart und sehr gut an diesem System gearbeitet, in ein Zwei-Schicht-System, eine Grundierung und eine Farbnuance mit Finish inklusive. Das heißt, man trägt das extra fast auf, also den Untergrund, Polymerisieren, Farbnuance drauf, Polymerisieren, Aushärten, Finish, fertig. Neu-Code hat das Produkt LaCode entwickelt und auf dem Nailmarkt platziert. LaCode wurde nun mit seinen Eigenschaften weiter optimiert. Wir haben das Produkt LaCode auf den Markt gebracht. Wir haben das auch in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Wir haben die Farbpalette weiterentwickelt. Wir haben beim Extra-Faster, also der Grundierung, weitergearbeitet. Wir haben die noch stabiler, noch haftbarer auf dem Naturnagel entwickelt. Und trotzdem sehr gut ablösbar. Das ist die Herausforderung, die Haftbarkeit auf dem Naturnagel und die Ablösbarkeit, die Zeit, diese Farbnuance abzulösen, da einen Kompromiss zu finden, in dem auch die Halt, die Haftbarkeit und die Ablösung auf dem Naturnagel den Endkunde oder die Nageldesignerin zufriedenstellen. Das absolute Must-Have am Nail-Code-Messestand in München war das Produkt Magic Galaxy. Das Magic Galaxy oder der Milky Violet, ein Glanzgel aus der Nagellachflasche mit einem Big Brush, also ein schöner Pinsel, sanfter Pinsel. Das Magic Galaxy hinterlässt funkelnde Goldpartikel auf dem matten Color Gel. Das ist sehr gut für Weihnachten gedacht. Sieht auch sehr schön aus, wenn man das über Schwarz, über Rot aufträgt. Das Milky Violet ist eigentlich ein Violet, der an Intensität gewinnt, wenn man den dicker, intensiver aufträgt. Oder wenn man den dünner aufträgt, hat er einen schönen Violet-Hintergrund. Kann man auch auf Schwarz, Weiß, Rot, auf fast alle Farben, matte Farben auftragen. Das ist unser Verkaufsrenner. Das Magic Galaxy haben wir leider schon ausverkauft. Das Unternehmen Nail-Code war vom internationalen Flair der Beautyforum München 2018 sehr begeistert. Wir haben einen sehr, sehr guten Samstag gehabt. Wir haben auch einen sehr guten Sonntag gehabt. Wir haben eigentlich das bekommen, was wir erwartet haben. Und wir sind sehr zufrieden mit der Messe München, mit der Entwicklung allgemein in Süddeutschland. Und wir haben auch sehr viele Besucher aus Österreich, aus der Schweiz auf der Messe München gehabt. Und ich denke, das ist eine optimale Plattform, internationale Plattform, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Österreich, Schweiz, Münchener Bereich, Bayern. Wir sind sehr zufrieden mit der Messe München. Es ist immer wieder bunt und spannend bei Nail-Code. Der sensationelle Andrang auf dem Messestand spricht für die Qualität und Beliebtheit der Produkte. Der sensationelle Andrang auf dem Messestand spricht für die Qualität. Der sensationelle Undrang auf dem Messestand spricht für die Qualität. Der sensationelle Andrang auf dem Messestand spricht für die Qualität.